Wir sind hier stehen geblieben bei diesem Minispiel. Toll. Und klick und klick und klick. Dü-dü-dü-m. Egal. Boah, seit langer Zeit mal wieder am Level vollständig, war es? Ist das geil oder was? Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Okay, das sieht mir nicht sehr gut aus, das Level. Gluthöhle. Schau wieder diese Musik, man. Da verstecken sich ja die, ist ja fies. Komm her. Hallo? Kommt doch mal raus. Anscheinend scheint er da nur rumzuklotzen. Ey, da ist ein rote Münzen-Ding. Ey, du kannst ja nicht einfach mein Baby-Clown. Fiese Sau. So. Yay. Wow, wow, wow. Nein, hat mein Baby, hat mein Baby. Hat mein Baby. Lauf. Oh, ey. Bist du fies oder was hier? Gibst du mein Baby her? Fiesen Säcke. Stirb. So, ist hier etwas? Ding. Nö. Nur dummes Zeugs. Ja. Hm. Ah, ich muss sagen, die Höhlenmusik ist eigentlich fast meine Lieblingsmusik in ganz Yoshi's Island. Die ist auch so cool eigentlich und Mysterie. Und... Tum, 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 tum. Egal, das hole ich mir jetzt nicht. Nö, kein Interesse. What the fuck? Ha, hab ich noch rote Münze von dir geklaut. Und tschüss, man. Und tschüss. Äh, Yoshi düst hier ab. Ähm, ja. Gut. Ching, bam, dong. Tek, wan, dong. Nennt man das. Eine Blume. Wie niedlich. Ach ja. Irgendwann wird's auch langweilig. Wenn ich die ganze Zeit das gleiche nur summe und der Scheiß... Ey, ja. Wenn's genehm ist. Nein, Baby Yoshi, komm her, komm her. So, hab dich. Du bist wieder in safety. Hier unten ist doch etwas, oder? Sonst ist das völlig sinnlos, wenn der da unten rumschwebt. Oh, fightet euch durch. Hör, oh, fuck. Er hat mich abgekämpft hier. Doven. Idioten. Ey, voll... Voll die Spoiler. Oder... Keine Ahnung. Die Steaks. Die machen grad Kamehameha. Aber egal. Ist ja egal. Augen kratzen. Das ist immer nicht egal. Oh, bist du niedlich? Oh, bist du niedlich? Oh, du, 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 du. Du bist da eingefangen. Du bist für dein Leben verreckt. Und dein Kopf ist ja schon ein Schädel geworden. Also wird doch der Rest deines Körpers bald nur noch aus Knochen bestehen. Ey, cool. Komm her. Danke. Gleichlich. Oh, du, 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 du. Oh, puh, ich dachte schon, er kommt. Mhm. Wow. Nein, das denkst du, ne? Boing. Tum. Yes, yes. Schieke. So, war hier. Yay, Minis. Aha. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Alter. Krass, Mann. Alles fallen die Scheiße. Hey, 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 hey. So haben wir nicht gewendet. Und schlitz. Ähm, ja. Eine Ohren-Ablase. Die ist ja auch so wichtig, als ob ich nicht gelingt hätte. Mensch, 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 oh, schee. Boah, boah, Mensch, gibt's da nicht. Ah, bam. Boah, klau doch nicht die ganze Zeit mein Baby hier. Weg, weg, weg. Johnny, ja. Ich stink gegen dich an. Ey, komm mir nicht zu nah. Ja, haupte, doof, Vieh. Ey, 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 wie soll Minder da durchkommen? Ohne Schaden zu nehmen. Oh, ey, knallen die hier noch einen auf mich drauf. Oh, nehmt den hier. Nimm den hier, Mann. Jetzt geh erst mal kacken. Und du nimmst den hier. Oh, der hat von da hinten noch auf mich geschossen. Ist das jetzt wahr? Das ist doch nicht wahr, oder? Doch, anscheinend ist es fast, Steven. Verdammt. Gut, knall den weg. Ich hab gesagt, knall den weg und du schießt ihn auch noch irgendwo nach Nebraska. Oh, hast du gut gemacht. Kannst du mich treffen? Nö, entschuldigt nicht. Anscheinend nicht. Das ist gut. Oh nein, ist wieder Baby Mario Time. Was steht es denn? Oh, gar nicht mal so schlecht. Vielleicht schauen wir das Level auch komplett. Wer weiß. Wer ist denn mal niedlich oder lustig? Mario? Mario? Wow. Es war doch so knapp. Egal. Ich hätte auch zurückgehen können und wieder den Sternen holen können. 200 haben wir jetzt genau. Nein, dann war ja das Leben ja nicht umsonst verschwendet. Haben wir eine Runde zahlergattert dadurch. Guck mal, jetzt muss ich den wieder. Und jetzt muss es klappen. Und es klappt. Ich bin ein Baby. Ich habe Privilegien. Oh oh. Ja. Klar, ja. Ist doch klar. Diese beschissenen kleinen Fotzen. Die schießen mich mit einem scheiß Stein zurück. Haben die das überhaupt verdient? Diesen Baseballschläger in der Hand zu halten. Oh, den will ich haben. Oh, Sammlein, Mann. Oh, der Sommer. Tschin. Renn, 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 renn. Du kleines Baby. Du bist ein Baby. Du musst das können. Wie wir wissen, müssen ja Babys alles können. Wee. Ah, hab's noch gekriegt. Yes. Ha, wir haben das Level auch komplett. Krass, oder was? Und hier nur noch ein Zehner einsetzen. Oh, wegen einem. Ching. Yes. Jetzt haben wir das Level auch komplett. Das freut mich. So schwer ist die sechste Welt gar nicht. Und noch eine Bonus-Challenge. Aber langsam gehen mir die Sternpunkte aus. Die Bonus-Sternpunkte. Falls jetzt das Minispiel kommt, was ich denke, dann erlaubt mir bitte, einen kleinen Cheat anzuwenden. Nö, ist es nicht. Okay, einnahmiger Belied. Ching, ching, ching. Du, 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 du. Mich interessiert das nicht. Das ist ein doofes Spiel. Okay. Das sieht mir auch... Das sieht mir schon wieder schwieriger aus. Balken Twist. Tanze Balken Twist. Oh yeah. Aha. Oh ja, 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 klar. Kennen wir uns? Ja. Mh. Oh Gott. Wie niedlich. Ach, die kann man gar nicht runterschlucken. Mensch. Ich will Eier. Ich brauche Eier, Mann. Ich will doch jetzt nicht den ganzen Weg wieder zum Anfang zurückwatscheln. Wow. 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 Wo bin ich? Okay, ich war da oben. So, aufstehen. Und... Ching, 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 ching. Und ching. So, das war doch mal. War doch mal gut. Wenn ihr den hier auch... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? In diesem Level hier Sporen? Alter. Ching. Wenn mich hier eine berührt, bin ich tot. Oh, hab ich's hinter mir? Nein. So, jetzt kannst du mal abbauen. Gut. Hier hat man sich auskurieren können. Oh nein, ich hab nichts mehr. Sie hab mich in Ruhe gelassen. Ey, diese Sporen, Junge. Die sind überall. Komm, ich springe über sie rüber. Ja. Denn ich bin Yashi. Oh, was siehst du, dass hier eine Rottenmünze ist? Aber ich würde sagen, hier, machen wir erst den nächsten Part weiter. Also, bleib steif. Und wollte ich schon sagen, bleibt am Ball. Hals und Beinbruch wünscht ihr mir hoffentlich in diesem Level. Das ist absolut abartig mit den fliegenden Drogenbällchen. Und naja, bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao.